So, jetzt sind wir wieder zurück in New York. Noch mehr! Ja man, ich hab mir dabei gar nichts gedacht damals. Als die KI das so gesagt hat, aber jetzt denk ich mir, was geht da denn ab? Also irgendjemand muss den falschen Informationen gespeist haben oder gehackt haben oder so. Ja man, ich weiß, was ich bin. Ich bin ein Agente selbst, ein Double-Agent. Welche Seite? Deine. Ja man, ich bin. Ja man, ich bin. Ja man, ich bin. 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 der. Ich bin. 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 kennech. Ich bin. Immer mitz bracket eight Ich kriege noch ein Film. Ich gebe dir ein Blueprint von der船. Die Xs marken die fünf Tri-Hull-Wels. Krack das auf. Reverschreie die Bilge-Pumps, und die船 wird öffnen wie ein Bananer. MJ-12 Troops convergern auf deinem Position, JC. Ich lande den Kopter auf den Ruf des Taun. Geh aus da. Oh mein Gott, es läuft echt alles schief. Man, und überschätzt die Reichweite des Flammenwerfers manchmal ein bisschen. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Was für? Ich habe eine Verbrechung des Virus, die durch die Gräte der Flammenwerfer. Ein Freitag in der Brooklyn-Naval-Shipyard. Das ist der Regierung, nicht wahr? Ein Teil eines Experimenten. Konspirieren. Einige in der Regierung, einige aus. Was hast du mir gemacht, um ein Freitag? Ich helfe ihn. Hast du noch mehr Lambs oder Rockets? Du denkst, dass du ein Freitag mit einem Lamm kannst? Ein paar Lambs an Weld-Points. Ich helfe dir. Wie ein Rocket für eine GEP-Gun? Usually save das für die NSF, aber ich lebe es bei einem Loss, sagen 2,500. Du kannst auch eine half-dozen Lambs für 2,400. Better by now. Ich lebe es cheap, nur weil viele Leute sterben können. Hey, ich beginne mich nervös über das. Was du jetzt machen musst, wird ein paar Hände. Ich will keine Probleme von den Autorenzen. Actually, UNACCO ist planning ein Operation of some kind. Du möchtest dich aus der Hell's Kitchen, nachdem ich lossehe. Was für ein Operation? Ein Mannhut. Für mich. Ich glaube, du willst in den Mitteln. Danke für die Warnung. Komm, lass uns das aufhören. Let's go. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe dich in eine Abandonnete Karte, neben der Base. Ich habe dich in eine Abandonnete Karte, neben der Base. Es soll sich ein altes Karte auf der Wallen, die du kannst durchführen. Ich muss weg von hier, bevor die Zentren sind späten. Ich muss hier raus, bevor die Zentren sind zu spüren. Ich muss dich aus. Wer ist das Ding? Wer ist das Ding? Wer ist das Ding? Mein Mann, Vinnie, sagte, zu erwarten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Fema, wirklich? Ich bin bereit. Fema und die Chinesischen? Ich mag nicht ein wenigstens. Ich bin nicht. Diese Karte wird die Hauptkarte. Die Karte, in der Hauptbahnhof in der Hauptbahnhof, wird dich durchführen. Aber nicht erwähnen, die Fema-Fema-Fema. Wir sind in der Hauptkarte. Wir sind in der Hauptkarte. Wir sind in der Hauptbahnhof der große Kräne, in der Distanz. Aber schau auf die Karte und die Sicherheitsbots. Ich habe begonnen, deine Zukunftsbilder zu planen. Jetzt werde ich dir in Paris senden. Ganz sicher, dass er dir die aktuellen Residenz von seinem Assoziaten, Morgan Everett. Hier liegt ja überall nur Scheiß rum. Geil, dass sie so viele Lambs haben. Scheiß Drecksdinger endlich weg. Junge, die haben einen Flammenwerfer. Ich vergesse es jedes Mal. Da sind ja noch zwei drinnen, krass. Geil. Noch mehr Lambs. Oh, ich kann nicht mehr davon tragen. Scheiße. Ciao, du darfst leben, aber gehen wir nicht auf den Sack. Geil! 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 Hochschule. Geil! Weil erstmal Wasser blurrt und Schimke gezogen werden können. Ach schade, so ein schickes Teil. So stark auch noch. Aber wir können es grade nicht benutzen. Ja, also? die zeit den mund ich will speichern man wird jetzt die ganze zeit nur voll gelabert ab einem gewissen punkt nervt so keine gefahr mehr noch einer die labern echt unendlich viel ambrosia gefahren zum so ja mann sehr gut und hier ich wünsche sowas gäbe es häufiger aber überall zwischen den ganzen text salat stehen tatsächlich zwei zugangsdaten die wir benutzen können 3353 okay aber für was dann räumen wir mal das unsere deck auf du hast gerade ein kumpel erschossen du dummkopf also Das ist ja von mir aus. So. Noch einer? Nerviges Biest. Sehr, sehr nerviges Biest. Oh, was? Dabei wollte ich doch schwere Waffen unbedingt trainieren. Na, Kampf. Ja, was willst du machen, Mistvieh? Okay. Na dann, viel Spaß. Was für ein Schlüssel ist das? Oh, oh. Kein Problem, Kollege. Sch. 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 I scuttled the freighter and destroyed the stockpile of virus. Excellent, my friend. We have them on the run. I brought you something for that cough. Hope it works. Ambrosia, you found some. Mr. Dowd, tell me something. Someone calling himself Daedalus has been broadcasting to my infolink. He wants me to go to Paris to find an associate of yours, Morgan Everett. Yes, yes, Everett. We need his help to develop a cure. Who is this Daedalus? I don't know. He seems to be an ally. But if your friend doesn't want to be found... At this stage, we might be out of options. You see, I was able to decipher the molecular signatures Tracer Tong found. And it turns out, Everett was the one who developed the eutectic component of the virus. He developed the virus for the Illuminati? Not exactly. The work was on augmentations. It was Bob Page who wanted to develop it into a weapon. Tong found Page's signature on the virus as well. Page, the billionaire. How does he relate to Majestic 12? He was among the original group of Illuminati who broke off to form Majestic 12. Not so good at the science, though. He must be directing operations. So Everett should be able to reverse-engineer Page's modifications and help find a cure. Exactly. Daedalus said I should find Nicolette Duclair first. Yes. Everett is close to the Duclairs. My suggestion, too. Unfortunately, I've lost touch with the Paris crowd. How do I find Nicolette? She's a member of the French terrorist group Silhouette, last I heard. They're rumored to meet in the Paris catacombs. Great. I'll have Jock drop me off at the catacombs. JC, I'm coming in fast. LZ is hot, so can you get to me as soon as you can. I'm gonna be a sitting duck out here. This one's some kind of mech. Oh! 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 Sollen die doch brennen. Wo ist denn noch einer? Hä? Ihr Bastarde, ihr macht die Tür bestimmt nicht zu. Schade, dass es keine richtige Musik ist. Aber ja, da sollte eigentlich auch die New York Musik laufen.